Hallo, ich möchte etwas sagen. Ich verstehe wirklich nicht, wieso die Leute nehmen manche Sachen gar nichts ernst. Gerade vor circa zwei Stunden oder fünf, Merkel hat berichtet, dass Delta-Variant verbreitet sich aus. Ein Klinikum in Karus Rö schon bei Stufe 1. Gleichzeitig in Karus Rö sind überall Partys, fest, die Leute gehen draußen. Ich verstehe das Ganze nicht. Noch dazu, sie haben überall berichtet, die Impfungen helfen überhaupt nicht für Delta-Variante. Zweitens, die Nebenwirkungen von so berühmten Pfizer-BioNTech-Impfungen schlägt exakt das Herz. Das wurde noch vor circa einem Monat in Israel berichtet. Da waren so viele Patienten mit Herzproblemen nach beiden Impfungen. Ich verstehe wirklich nicht, warum sie das nicht ernst nehmen. Und noch dazu, nach Kitas Schluss, Delta-Variant, hat sie sich noch mehr entwickelt. Denken Sie nicht über Ihre Kinder? Einfach krass! 1 2 2 3 3 7 8